Pipe,ه, high, 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 high.. On with the show. No worries man, normal people can't see. Magic. See? Endlich kommt Nino Kuni 2 raus. Here it is, Evan. Und wie wir alle wissen, seit meinem letzten Voting-Video für diesen Monat war euer Vote scheißegal diesen Monat, weil ich sowieso Nino Kuni 2 spielen wollte. Und wer alle, die vielleicht nicht meine Livestreams verfolgen, was in den letzten Tagen so 3-4 Leute waren. Wisst ihr natürlich, dass ich zum Auftakt, um zum Verkürzen der Wartezeit auf Nino Kuni 2 Nino Kuni 1 gespielt habe. Obwohl ich noch nicht ganz durch damit bin und eigentlich morgen auch nochmal einen langen Stream dazu raushauen muss, damit ich dieses Spiel pünktlich schaffe, bevor Nino Kuni 2 rauskommt. Ich glaube ehrlich gesagt nicht dran. Man muss an der Stelle auch anmerken, dass ich trotz meiner recht emotionalen Art und Weise, dieses Mal echt cool geblieben bin. Was macht der? Was macht der verdammte Scheiße? DIGA! Oh mein Gott, die will ich haben. Ich freue mich über den Sasquish und Sasquash. Und dann gibt es einfach den Papa Sasquash. Alter, und da sind die immer so schnell dran! Meine Fresse, Alter! Und weil das Ganze so reibungslos verlief und ich euch zudem noch versprochen habe, dass es einmal im Monat einen 24-Stunden-Stream gibt, wird das am Freitag geschehen. Und zwar beginnen wir auf 15 Uhr und das Ganze geht bis, reinrechne euch, 15 Uhr des Folgetages. Und ihr müsst mir diese persönliche Befangenheit zu Nino Kuni und zu Level 5 auch etwas nachsehen. Und ich verspreche euch auch, dass ich trotzdem Far Cry spiele, weil das Voting für Far Cry war dann doch ein kleines bisschen höher als das für Nino Kuni. Aber vielleicht versteht ihr das ein bisschen mehr, wenn ich euch erzähle, dass mein Lieblingsspiel Dark Chronicle ist, welches für die PS2 rauskam 2003 und ich jetzt quasi einen Monat gesucht habe, um dieses Spiel einmal in OVP zu bekommen, nicht einmal gespielt und noch mit dem Playstation 2 Verpackungssiegel versehen. Ihr denkt, das ist nicht möglich? Und natürlich ist mir noch etwas Spezielles für diesen 24-Stunden-Stream eingefallen. Denn bis auf diese legendären Commands, die ich eingestellt habe, die ihr immer auf Twitch und YouTube eingebt, wenn euch langweilig ist, was eigentlich mehr so vorkommt, als ob das alle 5 Minuten so ist, denn es wird einen Hashtag Bart aber herzlich Sweater zu verlosen geben. Das heißt, für alle die Leute, die keine Kohle haben und nur zum Schnorren in den Stream kommen, ihr habt die Chance, einen dieser Pullis zu bekommen. Freut euch. Nein, ihr habt das natürlich total verdient, ihr Wichser. Jo, also bis Freitag. Ich wollte das Video nicht so lang machen, beziehungsweise bis morgen, weil ich muss ja morgen noch alles nachholen und versuchen, Nino Kuni 1 durchzuspielen, damit ich dann endlich pünktlich der 2 schaffe. Jo, bis dann. Habe ich übrigens erwähnt, dass ich Freitag erst ab 500 Zuschauer streame? Ciao. 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 Bis zum nächsten Mal.